hallo ihr lieben willkommen zu einer weiteren folge hier im ls 22 challenge time projekt mit dabei ist der matze halli hallos der einzigartige witzige witzig danke hallo zusammen und der märchenerzähler walhalla märchenerzähler hat gut als märchenerzähler egal was war das fantasy sind es keine märchen ach so du meinst du auf dem buch bezogen ja märchen sind zwei ganz große unterschiede entschuldige der 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 fantasie schreibende walhalla besser ist in ordnung der fantastische walhalla dann ja fantastisch bin ich nicht der verfahren aber nicht nicht weit weg märchen fangen oft mit es war einmal vor langer zeit in einem märchenschloss und fantasy geschichten fangen irgendwo an ich hoffe mir kommt jetzt bloß kein auto entgegen dann habe ich verloren ach quatsch natürlich kommt da jetzt auch ein auto also muss der fendt mit denen ich bestimmt angelegt habe wir können uns gerne noch mal anlegen ja ich bin bei dir verhindert aber wir kam ja es dauert ein bisschen mit dem fahrzeug zu kommen erfährt nur 27 haben komisch komisch komische ding legion auf der seite ein transformer mach ich hier komm doch komm doch traust du sowieso nicht ich komme leider von der unteren seite das ist ja das doofe das ist schon total schaden kommer und die leitpfosten stehen auch nicht mehr endlich endlich kann ich abgeben obwohl bei der geschwindigkeit wünschen wir uns irgendwann treffen was habe ich denn jetzt für missionen gemacht du hattest heute aber auch schon ein pass lieber witz ich fahre immer so ich kann das so hoch was ist denn darum ist ja auch so mein unfallkrieger so begehrt ich habe das blöde gefühl dass ich falsch herum gefahren bin aber aus der kartoffelsählmaschine kann man die gar nicht mehr ausladen auch nicht auch nicht mit steuerung habe ich schon probiert geht leider nicht die gibt es kartoffeln als big pack nein die gibt es nicht als big pack dann wenn du das siehst ist ja auch ein kreis ich bin ja eben von hier unten gestartet und bis dorthin und die insel also die vier inseln sind wir alle gleich aufgebaut was machen wir denn jetzt noch ach ganz wichtig für euch auf den feldern wo ihr missionen gemacht habt schreibt euch die Feldernummern auf habe ich habe ich vergessen habe ich nicht gemacht wegen den prozenten hier ich habe es vergessen so dann wie viele missionen hat es ungefähr gehabt mich ja ich habe jetzt glaube zwei flug auf katz da auf zwei felder hier war es eins drauf machen ich sehe das bei abgeschlossen sehe ich das auch nicht mehr für wen das war ne dann mach einfach auf zwei felder von die wurde die möglichkeit hast die zu kaufen machst du einfach ein strichen in der in der excel liste weil wenn du ja auch auf dem feld also wenn du auf dem feld bei dir machst machst du ein strichen und wenn du bei wem anders auf dem feld machst kannst du dir das frei entscheiden auf welches feld du das von deinem setzt ja gromma haben wir denn jetzt noch die 122 war meinst oder war die 117 meine warte gerade wie 122 mach ich ja nachhinein 85 sehen ist aber schnell ausgewichten ja der hat keine chance wegen den klas hat auch keiner eine chance was klasse haben wir gerade den fendt aus dem entgehen geschossen was hatte ich denn jetzt hier noch feld 85 was wollte der denn jetzt haben oder habe ich mich jetzt vertan ja mach ich hab mich vertan mission kann ich auch wieder abbrechen oder ja aber dann zahlst du jetzt heißt strafe das war 50 prozent 50 prozent ach shit dann machen wir mal lieber voll ach ist doch drinnen doch nicht jetzt nicht gedacht dass die auch baumwolle kann ja alles außer kartoffeln kann die alles außer kartoffeln ja alles bis auf tiernahrung oder wie ich meine jetzt ansehen technisch 20 prozent bis auf tiernahrung ups 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 aber das ist schön ihr braucht mich gar nicht zu sabotieren ich schaffe das schon alleine ja ich kann auch gut mit mir alleine spielen nein ihr wolltet ein kindersteam haben zu spät wieso genau ich kann mich auch selbst bestrafen das mache ich ja auch sobald ich online gehe ist das ja auch eine bestrafung fast nein natürlich nicht das problem ist mit bestrafen die strafkammer ist nicht da den willst du jetzt schon wieder bestrafen ich doch nicht weil er mich ja sagte weil er sich selber bestrafen will genau das bekomme ich hin das ist ja das schöne wenn man alles selber alleine kann sogar sich selber bestrafen komme ich damit aus oder komme ich damit nicht aus wahrscheinlich nicht ne tausend liga film noch ja ist doch schön ja ist doch schön ja ja ist doch ja 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 Alles gut, Batman, bei dir da hinten? Nein, alles schlecht bei ihm. Der ist gerade den Catwalk wieder hochgejumpt. Ich muss denen gleich das Fressen wegnehmen, den Katzen. Batman muss morgen nüchtern sein. Und da ich ja zwei Katzen habe, müssen beide Katzen jetzt drunter leiden. Und ich dann ab morgen früh, morgen früh ab 4 Uhr wahrscheinlich, dass ich von Krümel penetriert werde. Ich habe Hunger, gib mir was zu fressen. Der Katzen verhungern sieben Mal am Tag. Mindestens. Mindestens. Aber Batman gar nicht mehr so. Dem ist das eigentlich egal. Der wartet auch, der bleibt auch so lange liegen. Aber die Krümel, die ist da wirklich wie ein Uhrwerk. Die steht morgens um 6 Uhr am Bett und hallo, Frühstück. Gib mir mein Fressen. Ja, ob Wochenende ist oder so, wie Garfield mit dem Napf. Und wenn es da nicht schnell genug geht oder so, dann gibt es auch mal die Katze ins Gesicht oder so. Richtig so. Ja, ich kann das auch hier brauchen. Die können auch rausgehen, Mäuse fangen. Nee, meine können ja nicht raus. Meine haben draußen Arrest. Draußen Arrest. So, auf geht's. Nein. Nein. Das ist doch doof. Wieso? Macht er jetzt oder nicht? Mhm. Weil ich mir das jetzt kaufen muss. Voller Sonnenuntergang. Ja, ist grad uninteressant. Mach grad Zuckerrüben platt. Zuckerrüben? Äh. Ja, platt. Weg. Aus die Maus. Aus die Maus? Weg, danke. Aus die Maus im Schacht. Nicht im Schacht. Braucht kein Mensch dieses Zeug. Ach klar. Die Schweinchen brauchen es. Doch, für... Zuckerrüben-Sirup. Äh. Sorry, dass ich das so sage, aber wenn man sowas isst, ist doch kleine Kinder. Was, Zuckerrüben? Zuckerrüben-Sirup. Oder meinst du, da ist Sirup-Tafron? Aber ich kann dir sagen, Kinder sind auch sehr lecker. Ja, ich mag keine Kinder. Ich schaffe nur kein Ganzes. Dann hast du die falschen Kinder dir ausgesucht. Hallo, immer da, wo schön viel Fett dran ist. Ach, da ist doch viel zu viel Fett dran. Und wie werdet ihr mir gerade unheimlich missen? Baumwelt! Schon wieder? Oh, bin gerade getroffen. Hintet ihr da ja bloß gerade ausfallen müssen. Nicht abbiegen. Es gibt Gas. So, hoch. Sag mal. Jetzt. Sag mal, also das Ding ist ja hier echt penetrant genau, ne? Oh. Wieso? Wieso? Hallo? Oh, weil ich wirklich in die letzte Ecke fahren muss fürs Düngen. Ja, das ist doch richtig. Es wird dunkel. Hm. Langsam, aber sicher wird es dunkel. Jetzt fahre ich nochmal über die halbe Mett. Mett? Mett. Mett, Mett. Mett? Mett. Mett, 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 Mett. Mett, Mett. Mett, Mett. Mett, Mett. 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 Mett an, oder was? Mhm. Geck. Bleib, wo du bist. War gut, dass die Schranken noch nicht hochgehen. Hehehe. Sonst kommt der Kurt. Ach nee, der Heinz. Lass den Heinz immer Heinz sein. ich habe einst seinen bruder kennengelernt haben wochenende einst sein bruder einst sein bruder letzte woche montag habe ich den auto auto sind toll auf der map die machen spaß ja weil halla für 5000 dünge ich den feld 66 obwohl das noch gedüngt werden muss das doch gar nichts drauf naja aber dann hast du schon die erste stufe drauf ich will das aber gar nicht gedüngt haben nicht möchtest du da unkraut ja es brater genau ich habe mich gerade erschrocken war beim beim lohnunternehmen gerade da übers gelände auf einmal geht das flutlicht an war dir zu viel licht oder was ja habe ich auf einmal kurz so erschreckelt matze ja ich bin eh nicht bei mir und kann ich ja schabernackt rein nein nein ich sehe alles das nennt man wildkräuter salat ah ja sollte ich ihn aber ansehen sonnenbumen 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 ja ich bin ich da so ich wollte da hier guckchen ach was mache ich denn schon wieder hier sandra steiner gibt dir 29 rabatt für zukünftige felderverkäufe aha so auf geht's wie 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 auf geht's ab geht's drei tage wach wieso wieso 29 prozent hast du wohl aufträge dort gemacht aber hat mir nicht gesagt nur bis 25 geht es ja ich kann es dir nicht sagen dass wie gesagt das muss ja dann alles hinterher genau ausklamüsert werden das ist alles ein bisschen komisch jetzt sollten wir das einfach mal rausnehmen und machen es dann hinterher so über den rechner haben wir noch was und vier und vier und vier und vier und vier mit ganz großen schritten fassen wir der heidi von hinten andy andy ist heute nicht da bieb bieb hüfte hoffen wir mal dass kein auto vorbeikommt das ist ja auch das ist ja auch nur unverschämt hat sie noch nicht mal abgemeldet ne vielleicht geht da auch krank im bett oder er steckt im Verkehr fest das kann auch sein Nur welches darf sich jeder selbst ausmalen. Wer hat denn da jetzt geklippt, wenn ich mal so fragen darf? Ich war es nicht. Du hast geklippt. Bei mir. Ach so. Rego, einen wunderschönen guten Abend in die Niederlande. Ein internationaler Stream. So, die vier. Grüße aus meinem... Kann unsere Sehmaschine zögern? Ja. Ja, hat sie. Sie kann. Ich kann fliegen. Ja, wer weiß. Ach so, Akne CP, der fährt. Dann kann ich jetzt auf das nächste Feld weitermachen mit Sehen. Muss alles hier etwas schneller gehen, weil wir in einer Challenge sind? Schneller gehen ist gut. Wenn es schneller geht, dann geht es nicht. Nee, ich hätte einfach mal nur die laufen lassen sollen. Ich hatte die angehalten und habe die Sehmaschine laufen lassen und habe sie jetzt ausgeschaltet und bin dann losgefahren. Was natürlich wieder total sinnvoll ist. Vollkommen. Also für uns schon. Für dich nicht. Ach, schau. War ich gerade mit dem 1050 auf dem Dach? Ach, schade. Und ich habe nichts damit zu tun gehabt. Mist. War KI. Nee. Das ist die Typische. Ja, das ist die Map Frontiers. Das ist extra eine Challenge-Map, die sieht, also ist in vier Teile geteilt und alle vier Teile sind gleich. Und wir spielen hier mit vier Spielern gegeneinander nach einem Punktesystem. Und die Karte sieht im Ganzen so auf. Und hier in der Mitte ist mehr oder weniger das Lohnunternehmen, wo wir unsere Gerätschaften leihen können. Und wie gesagt, alle vier Teile sind gleich aufgebaut. Mehr oder weniger. Genau. Mehr oder weniger, ja. Sagen wir mal so, 97% sind die alle gleich. Da gibt es nicht viel Veränderung. Gut, die Festplätze sind teilweise ein bisschen unterschiedlich. Die ist im Mod-Hub, ne? Ist die Karte, oder? Nein. Nein. Die muss man beim lieben, darf ich das so sagen? Eigentlich schon beim lieben Mac Manus auf der Internetseite. Nee, ich krieg sie, glaube ich, auch über Mod-Hub. Mod-Hub? Nein, Mod-Hub ist ja nicht drin. Nee? Nein. Ist bloß beim Mac Manus auf der Internetseite zu haben. Rego, ich weiß nicht, ob dir Mac Manus was sagt. Er ist eigentlich ein erfolgreicher YouTuber und Twitcher. Twitcher? Twitch-Streamer. Streamer? Twitcher, ja. Mac Manus. Und auf dem seine Internetseite gibt es die Karte. GPS, könntest du mal kurz schauen, ob du seine Internetadresse linken kannst? Ach nee, geht ja nicht, weil Rego ist ja auf Kick. Wenn dann, ach, Mac Manus, genau. Genau, auf der Internetseite hat er dann die ganzen Maps und dort hat er halt sein Projekt. Da sehe ich es genauso wie die Map und dort ist dann halt die Mod-Liste, dort hat er die ganzen, oder dort ist die Map zum Download da. Ja, die Karte ist auch, die Map sieht auch relativ gut aus. Dafür, dass es eine Match-Map ist, ist die schön gemacht. Und auf Schnelle, also dass die das echt schnell gemacht haben, diese Map. Das ist echt gut. Bis auf die paar kleinen Fehler mit den Feldern. Ja. Okay. Danke, Menian. Ich versuche den Link jetzt mal rüber. Der Link ist drin. Hat er natürlich aus Versehen alles reinkopiert? Bitte. Ja, auf die Schnelle. Wir haben ja hier das Auto gegen, das Auto, der Traktor gegen das Haus fährt. Reicht schon genug, was ich an Unfälle provoziere, produziere. Wortgulasch? Bitte, gern geschehen. Wortgulasch habe ich auch noch, ja. Das kommt auch noch mit dazu. Linkgulasch, Wortgulasch. Du hast keinen eigenen Gulasch. Ach. Wolltest du jetzt Gulasch essen, oder was, weil du gerade abgesagt hast? Nee. So, jetzt kannst du. Du musst es ja extra angeben. Ja, willst du uns was erzählen? Oh. Ja. So, meine lieben Freunde, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut auch beim nächsten Mal vorbei, wenn es wieder heißt Challenge Time. Guckt auch bei den anderen vorbei, die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst ein Däumchen da. Abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Passt? Verpasst? Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss und ciao, ciao. Tschüss. Ciao.